Musik 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 Ja. Willst du mal jetzt sofort? Ja. Mal machen ja. Also nochmal schönen Dank auch für die Band hier, wenn ich hier in den Hut gucke, in Gertshut sind ungefähr 3.250 Euro gelandet. Das ist richtig. Geil. Super. Das ist gut für die Musiker. Schön. Schade ist nicht mein Hut. Naja. Also. Die Nummer 2 aus Münster hier. Lass das sein, du. Ich darf ja nicht Scheiße sagen, das kriege ich gar keine Sache. Das ist der Verstärker des Abends. Also, das kann das abends. Ich darf ja nicht gerne nachdem. Ich darf ja nicht mehr an kregen. Danke. Die Nummer 2 aus Münster hier. Untertitelung. BR 2018 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 Hier ist nochmal so ein schönes Teil. Finde ich, sieht geil aus. Der muss gar nicht gut klingen. Der muss dann auf der Brille haben. Da kann man auch Zigaretten ablegen. Reicht schon. Ist auch gar nicht so schwer. Sieht mächtig schwer aus. Norbert hatte auch gerade gedacht, mach mal mir. Nicht aber auch mit deinen Speakers, die drin sind. Hier vier Zehner liegen mehr als der Zwölfer mit den Achtern. Ja, das ist 1,12 mit 2,8. Das war nochmal das Thema. Ich freue mich auch, dass der Jürgen Morgenruth überhaupt hier ist, weil er nimmt eigentlich heute Hochzeitstags. Da wollen wir nochmal gratulieren. Ich werde es mal in den Raum mitbringen. Ja, dankeschön. Ja, das hilft auf jeden Fall. Wir können uns setzen, aber ich hätte gerne ein Stativ dazu. Ja, das machen wir doch. Ja, wenn du vielleicht ganz kurz kriegst, das wäre ganz nett. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und schön, dass ich auch ein bisschen was erzählen darf. Ja, also ich spiele die Hälfte und die Hälfte, dann mache ich irgendwelche Geräusche. Dankeschön. Ja, danke schon mal an die Band, Barbara am Bass. Jo! Ja! Ja! Wir haben Schuhe, die Gitarre. Da ist Popson, am Schlagzeug. Und da ist Kappa Gansen, am Schlagzeug und auch an der Gitarre. Ich würde eine kurze Pause machen, um die Leute so ein bisschen mehr nach vorne zu bringen. Es steht da hinten im Dunkeln und hier blasen sich die Leute. Die Seele aus dem Leib kommt ein bisschen nach vorne. Der Sully verschenkt jetzt wieder, was sehe ich gerade? Der kommt hier an, oder? Die M's sind tierisch laut, ne? Ja. Oder? Ja, jetzt leben sie. Am Anfang war es ziemlich laut. Das ist nicht sehr interessant, aber ich finde, ein wesentlicher Punkt ist, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen können insgesamt, aber meiner Beobachtung nach, und ich mache halt schon ein bisschen länger Musik, ist die Kneipenszene ziemlich im Eimer. Ja, wenn man sich wo spielen möchte, dass ich ziemlich traurig spiele. So, und jetzt ist das, was der Sammlerzeit am Sonnenbruch bringt, dass sich das hier in der Röhre abspielt. Aber vielleicht schaffen wir es doch, einfach mehr Kneipenszene dazu zu bringen, dass sie wieder bloß aufhörte zu lassen. Ja, eine nach der anderen Kneipen stirbt ab und dann läuft nichts mehr. Und das ist natürlich fantastisch, dass bloß er exzelliert wird. Aber wir müssen eigentlich eher, wie man kennt der Kneipenszene. Du musst dich gerade auch mal gucken, wie funktioniert die denn? Was? Wie funktioniert die denn? Muss ich auch mal gucken. Wie funktioniert die denn? Wie funktioniert die denn? Ich glaube, wie kann mich nicht so gut auf dich betrachten. Nur noch über Zeit, nur noch über Zeit ist, als würde ich noch einmal zurückgeben. I'm gonna keep crying for my baby Just another day, just another day is gone I'm gonna keep crying for my baby 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 Musik 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 I said, Lord, Lord, and mercy. I said, Lord, Lord, and mercy. I said, 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 Lord, and mercy.